Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich einen kleinen Artikel gelesen habe über das sogenannte Terminator-Saatgut. Terminator-Saatgut, so wird es genannt, ist ein Saatgut, was von der Industrie gentechnisch so verändert ist, dass es nur einmal keimfähig ist. Und da habe ich von einer Sekunde auf die andere dann begriffen, warum Gentechnik überhaupt gemacht wird, nämlich den Markt in den Griff zu bekommen, die Bauern zu zwingen, jedes Jahr ein neues Saatgut zu kaufen. Und ein wichtiger Punkt war natürlich, dass ich gemerkt habe, ich brauche kein Wissenschaftler zu sein, um das zu verstehen oder um zu sagen, das ist ein Punkt, den will ich nicht. Und dazu kam eben, dass es mich innerlich einfach so wütend gemacht hat, dass die Industrie sich erlaubt, das Urkorn des Lebens, den Samen steril zu machen, nur um den Markt in den Griff zu bekommen. Und der zweite Punkt, der mich so empört hat, war eigentlich, dass eine Technologie in die Gesellschaft eingeführt wird, die nicht demokratisch abgestimmt ist. Das heißt, ich bin nicht gefragt worden, willst du sterile Saaten essen oder so. Und die zwei Punkte, die haben mich dann getrieben, in das Thema einzusteigen und Filme zu machen und mir selber die Materie zu erarbeiten. Aber jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern aus meiner Sicht als Bürger und Konsument. Denn ich bin unmittelbar jeden Tag immer damit konfrontiert. Also wir zeigen in dem Film ja zwei Beispiele. Einmal über den Ignacio Chapella, der in Mexiko mit seinen Studenten zusammen bei einer Untersuchung gentechnisch veränderten Mais gefunden hat. Das Schlimme war, es ist in Mexiko, dem Urland des Maises, wo es tausende von verschiedenen Sorten gibt und wo es eigentlich nicht hin sollte, die mexikanische Regierung es auch nicht wollte und trotzdem tausende Kilometer weg von einer Stelle, wo gentechnisch angebaut wurde, findet man plötzlich gentechnisch veränderten Mais. Und das Zweite, und dafür ist er also, er hat es veröffentlicht in Nature und ist hart bestraft worden, verleumdet worden übers Internet, über Kampagnen. Wobei das eine ganz saubere Messung war. Ja. Also er hat nichts anderes gemacht als die Ergebnisse, die seiner Forschung zugrunde lagen, nämlich zu testen, inwieweit das, was er dort vorfindet, in einem Land, in dem es untersagt ist, gentechnisch verändert ist oder nicht. Und was macht er? Er findet es, er veröffentlicht es. Und dann gibt es ja dann den berühmten Skandal in Nature. Ja, er hat diesen Artikel in Nature veröffentlicht, das ist eine Wissenschaftszeitung, die so vorgeht, wenn jemand einen Artikel einreicht, dann gibt die Zeitschrift diesen Artikel an mindestens fünf oder sechs Wissenschaftler weiter, die den Artikel prüfen und sagen, okay, wir befinden das für gut gemacht, für glaubwürdig, was auch immer. Also sie bestätigen jedenfalls die Seriosität dieses Artikels. Nature hat den Artikel veröffentlicht. Daraufhin ist Nature und Ciapella übers Internet, über ein sogenanntes Viral Marketing angegangen worden. Es wurden Professoren erfunden, die gesagt haben, also er ist vor allem in erster Linie ein Aktivist und kein Wissenschaftler und so weiter. Und es wurde versucht, seine Ergebnisse klein zu machen. Und es muss noch irgendeinen anderen Druck gegeben haben auf Nature, die die Zeitschrift veranlasst hat, diesen Artikel zumindest zu kommentieren, was völlig ungewöhnlich ist. Also in 135 Jahren einmal passiert. In 135 Jahren oder 132 Jahren ist das ein einziges Mal passiert. Und das zeigt den Druck, der auf die Zeitschrift ausgeübt worden ist, um sich so zu verhalten. Also auch die Methode, vielleicht eins, was du gerade angesprochen hast, die Methode, dass also hier eine PA-Agentur, es ist so schön, wie sich die Bilder gleichen, so hat man den Irakkrieg auch in den sich hineingelogen, eine PR-Agentur hergeht und Wissenschaftler, die es gar nicht gibt, erfindet, die dann in Foren, in Blogs, Chapelle angreifen und madig machen, die Zeitschrift angreifen und auf die Art und Weise wirklich fast wie so eine Progromstimmung generieren, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Genau. Jetzt könnten wir vielleicht den zweiten Wissenschaftler zeigen. Das ist der Arpad Pushtay. Bei unserem ersten Experiment, als wir 1995 starteten, gab es noch keine einzige Veröffentlichung über potenzielle oder reale Auswirkungen von gentechnisch verändertem Material auf irgendeine Spezies, Ratten, Mäuse oder Menschen, obwohl die Menschen es bereits aßen. Das ist die gleiche Kartoffelsorte, Desiree, die wir 1995 für Gentechnik-Zwecke verwendeten. Und es ist die Sorte, die mit am einfachsten gentechnisch zu verändern ist. Der Punkt des ganzen Experimentes war, die Kartoffel vor Blattläusen zu schützen, den Hauptschädlingen in Schottland. Sie greifen das Grün der Kartoffel an. Wir beobachteten, dass das Lektin, das wir verwendeten und von Schneeglöckchenknospen gewonnen hatten, die Schneeglöckchen vor allen möglichen Schädlingen geschützt hat. Und wir hatten gehofft, dass, wenn wir dieses bestimmte Gen in die Kartoffel einbauen, dass es auch die Kartoffel gegen Insekten schützen würde, was es auch tatsächlich getan hat. Nachdem die Tiere getötet und seziert waren, fanden wir heraus, dass sich deren innere Organe im Vergleich zu den mit nicht genmanipulierten Kartoffeln gefütterten unterschiedlich entwickelt hatten. Einige der inneren Organe, wie zum Beispiel der Darm, hatten an Größe zugenommen, obwohl die Ratte selbst nicht so schnell gewachsen war. Einige der anderen Gewebeproben von Leber oder Nieren hatten sich nicht so gut entwickelt, wie die der Vergleichsgruppe. Schlussendlich fanden wir, und das ist wichtig, in diesen Daten 36 höchst signifikante Unterschiede zwischen den Tieren, die mit genverändertem oder nicht genverändertem Futter gefüttert worden waren. Ja, und begleitend zu dieser Untersuchung, also er ist ein weltberühmter Fütterungsversuchsexperte gewesen, kam des BBC zu ihm und wollte eigentlich ein allgemeines Interview mit ihm führen über seine Arbeit. Und weil er gerade an dem Punkt war, hat er klar gesagt, dass diese Genveränderungen, also das, was Sie festgestellt haben, eigentlich verursachen müsste, dass weitere tiefgehende Untersuchungen gemacht würden. Weil das sind alles nur Anzeichen, dass Veränderungen da sind. Jetzt müsste man tiefer gehen und sehen, warum und wie sind diese Veränderungen. Und hat dann eben auf Fragen der Journalisten geantwortet, also natürlich würde ich das nicht essen, wenn ich nicht unbedingt müsste oder am Verhungern wäre. Und auf der anderen Seite eben findet er es unmöglich, dass seine Mitbürger, denn in England standen gentechnisch veränderte Lebensmittel in den Supermarktregalen, dass sie als Versuchskaninchen benutzt würden. Hat er auch gesagt. Hat er deutlich gesagt. Und das hat dann diese Bombe ausgelöst, dass angeblich von Clinton bei Blair angerufen, von Blair beim Institut angerufen, er dann zwei Tage später aus dem Institut rausgeflogen ist. Da muss man sagen, er war in Schottland, er ist Ungar, aber war in Schottland als Wissenschaftler tätig. Richtig, ja, seit 35 Jahren in Schottland tätig. Und ist rausgeflogen aus dem Institut und hat ein Redeverbot bekommen, durfte auch seine ganzen Unterlagen nicht mitnehmen, flog aus der Royal Society raus. Royal Society ist so etwas wie bei uns die Wissenschaftsakademie und ist bis heute nicht wieder aufgenommen worden oder rehabilitiert worden. Obwohl von, ich glaube, mindestens 35 Wissenschaftlern sich eingesetzt haben und auf die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit seiner Untersuchung hingewiesen haben. Aber da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, das war 1998, 1999. Bis heute gibt es keine Untersuchungen, die das fortführen würden oder die auf anderer Ebene Ähnliches angucken würden, um rauszukriegen, ist gentechnische Veränderung gut für die Umwelt, gut für unsere Gesundheit und so weiter. Stattdessen wird aus USA nach wie vor, also nicht nur USA, Argentinien, Brasilien, Kanada, gentechnisch verändertes Futter für unser Vieh in Europa importiert. Und das heißt, die Tiere... sind nicht mehr die gleichen Tiere, wie sie vorher waren. Und wenn wir dieses Fleisch essen, was passiert mit uns als Menschen? Und man hat immer wieder geglaubt, also die Industrie hat gesagt, ach, spätestens im Magen wird alles egalisiert und zerstört und chemisch auseinandergenommen. Es ist nicht wahr. Es wurde im Darm gefunden, es wurden die Pollen im Darm von Bienen gefunden, die an gentechnisch verändertem Mais dran waren und so weiter. Also es ist... Und das ist das, was mich einfach so aufgebracht hat. Und jetzt komme ich wieder an den Ausgangspunkt zurück. Solche Fälle, die so hart bestraft werden und so öffentlich beachtet werden, die sind natürlich ein Lehrbeispiel für die jungen Wissenschaftler, um zu sagen, pass auf, so kann es dir gehen, wenn du dich in diese Bereiche vorwachst. Ja, es ist eigentlich unbegreiflich, denn alle Umfragen seit 10, 15 Jahren belegen, die Menschen wollen zu 70, 80, 90 Prozent in ganz Europa kein Genfood essen. Und trotzdem betreibt die Politik dieses. Und ich erinnere mich noch an ganz genau, als Seehofer damals Landwirtschaftsminister wurde. Da gab es ein Interview bei der Maischberger im Fernsehen, da wurde er auch gefragt nach Gentechnik und so. Und dann war es eine lapidare Antwort, alle Welt macht das, da können wir nicht zurückstehen. Und es wurde den Amerikanern geglaubt, die gesagt haben, es ist völlig ungefährlich, denn eine gentechnisch veränderte Pflanze ist ja das gleiche wie eine normale Pflanze. Was schon von sich aus blödsinnig ist, weil gleichzeitig wollen sie ja ein Patent haben. Ein Patent kann ich ja nur darauf haben, wenn ich irgendwas Neues geschaffen habe oder etwas anderes. Ja, vielleicht muss man auch noch dazu sagen, was Smith ganz am Anfang sagt, dass durch diese Veränderungen, also wenn man auch nochmal sagt, worum es bei den Veränderungen zum Teil gehen kann, dass du artenübergreifend, arten-schrankenübergreifend Tiergene in Tomaten reinpackst. Das ist etwas, was die Natur, auf die Idee kann die Natur, käme sie nie. Die würde nie in Fisch gehen, in eine Tomate rein. Das sind Dinge, die nicht stattfinden. Das ist selbst für einen, der von dem Thema keine Ahnung hat, deutlich, das ist etwas völlig Neues. Wie sich dann ein Seehofer hinstellen kann, machen alle und machen wir dann eben auch. Rousseau hat ja gesagt, dass der Ursprung der Ungleichheit zwischen den Menschen eigentlich am privaten Eigentum liegt. Und dann fing alles an. Es fing so an, dass ein Mensch ein Grundstück eingezäumt hat mit einem Zaun und sagte, das gehört mir. Und das Schlimme, hat Rousseau gesagt, ist nicht, dass er das getan hat, sondern dass die anderen es geglaubt haben, dass es ihm gehört. Dasselbe kann man heute im Bereich Gentechnik sagen. Wir haben so eine Art neuer Feudalismus. Die Naturressourcen werden privatisiert und die anderen Menschen, denen diese Naturressourcen auch gehören, zahlen, damit sie Teile von diesen Ressourcen wieder nutzen können. Und Teil davon ist sogar Wissen, was vorher schon produziert war und jetzt wieder patentiert wird. Sogar die Natur wird patentiert. Also diese neu feudalistische Zeit, in der wir leben, ist ja für mich ganz klar. Wir kommen in diesen Zeiten zurück, als ein König gesagt hat, der Fluss ist mein oder das Grundstück ist mein. Und die Bauern müssen dafür zahlen, wenn sie diese Naturressourcen nutzen. Damals gab es ja die Religion, um das zu legitimieren, zu rechtfertigen. Heute merkwürdigerweise machen die Wissenschaftler das. Liebe Zuschauer, www.denkmal-film.com ist die Film-Website von Bertram Verhaag und www.gekaufte-wahrheit-in-einem-wort.de die spezifische für diesen Film. Ich will den auch nochmal zeigen. Wir kauften Wahrheit eine anderthalbstündige Dokumentation etwa, aus der wir ein paar Ausstünde gezeigt haben, die sich aber komplett anzusehen lohnt. Viele Argumente, viele eindrucksvolle Bilder, die wir hier nur antippen konnten. Insofern holen Sie sich den Film, holt euch den Film. Es lohnt sich. Für das Interesse ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen beim Alpenparlament. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017